Guten Tag ihr Lieben und Willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal eine kleine Info. Und zwar folgendes und zwar zuerst einmal heute kommt nur dieses Video, weil ich nicht wirklich Zeit hatte und Lust hatte irgendwie was aufwendigeres zu machen. Aber als Entschädigung kommt heute Mittag um 15 Uhr ins Stream. Es steht noch nicht ganz fest, was wir da machen, aber mal schauen. Wird sich dann ergeben. Und die zweite Info, was sogar fast noch wichtiger ist und zwar an all die Leute, die von euch Fortnite spielen. Und zwar, ja, ich glaube viele von euch würden sich glaube ich wünschen, dass ich auch ein bisschen Fortnite mache. Und deshalb habe ich mir jetzt einen zweiten Kanal erstellt, auf dem jetzt ab und zu mal Fortnite Streams kommen. Das heißt, ich packe euch einfach mal den Link zum Kanal unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr da ein Abo da lassen, wenn euch das interessiert. Wenn ihr Minecraft spielt und Fortnite bäh findet, dann bringt es da gar nichts ein Abo da zu lassen, weil da wird hauptsächlich wirklich nur Fortnite kommen. Vielleicht noch das ein oder andere Game Overwatch oder so und zuerst auch mal nur Streams, also keine Videos. Vielleicht kommt der ein oder andere Stream, wenn dann heißt, war mal als Video online, aber ansonsten nicht. Ansonsten hoffe ich, euch hat das kurze Info-Video gefallen. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Mittag im Stream um 15 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Morgen. Bis dahin und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020